Mein Name ist Jessica und ich bin Delegationsbegeisterin für das Team aus Aserbaidschan. Also bis jetzt muss ich sagen, es war alles sehr positiv. Das Team ist voll herzlich, es sind alle voll nett. Generell, das Special Olympics ist eine super Veranstaltung, alle sind sehr freundlich, man trifft voll viele auf der Straße, die mit Polo-Tipps an den Weg sind. Und es ist einfach echt eine schöne Erfahrung. Mein Name ist Lajana und ich bin der Kroatischen Team coach. Die Jungs trainen sehr hart und sie sind sehr motiviert. Der Ziel ist natürlich zu gewinnen. Der Ziel ist eine große Herausforderung. Vielen Dank.